wir haben auch direkt eine ausgang hier gegner 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 gerade übers offene feld gelaufen los noch ein team die sind links gelaufen von daher könnten auch die sein haben die uns nicht bemerkt ich habe mich auf den geschossen das wird ja nicht gehört haben sein dass die schon weiter sind ich sehe nix da waren auf jeden fall welche naja ich hab's gehört müssen wir den clou holen und gucken wo es hingeht könnte man ja abwägen wo sie hin sind ja hier ist nur so eine drehtür also da hinten ist die tür offen es kann sein dass die richtung prison auch weiter sind ja die sind weiter hörst du da sind die hunde anbellen also die nach prison gelaufen ja die sind definitiv nach prison bleiben wir uns hinterher ja ok komm ich hier wieder raus da ist ein brett wo du drüber gehen kannst ja ich hab's gesehen ja die blöden hunde im weg ok das spiel ist echt gemein gehen wir einfach hier über den zaun jetzt rechts kommen raben ok schüsse wieder weiter rechts ok sein dass sie schon weiter sind richtung treide vielleicht ja ja kämpft da einer mit dem immo das ist der immo aber der ist aggro der immo klum schreit aber nicht der immo ist da hinten aggro ja eben aggro gemacht klum ist genommen ja getreidemulle könnte sein und vor ich würde erstmal vielleicht getreidemühle gehen weil da sind die wahrscheinlich hingegangen nicht dass die uns den rücken fallen und hier stück da war grad irgendwo vorher habe ich gesehen oder gehört vor uns auf jeden fall oder irgendjemand was angezündet raben dahinten hochgegangen da vorne steht einer ist jetzt dahinter ok wahrscheinlich geht es dann vielleicht einer battery weiter aber wahrscheinlich geht es dann vielleicht also es könnte auch vor sein aber ich meine ich hätte vorhin auf jeden fall ne felix gesehen meine ist das ist die leute in die der in in die 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 am Die sind um den Kompon rumgegangen, irgendwie anscheinend, weil die Zombies in der Mitte stehen nämlich. Deswegen haben die auch wahrscheinlich hier vor uns den Käfig weggemacht. Ja, ich würde fast behaupten, es ist vor. So genau. Also hier irgendwie irgendwo stand... Vor. Da habe ich mir gedacht. Wird das Team, was hier war, auf jeden Fall auch Richtung vor gelaufen sein. Das heißt, es kann sein, dass da oben eventuell im Turm einer sitzen könnte. Eventuell. Hört die Frage von wo aus. Da ist einer. Ja. Ja, stimmt. Sehe ich auch. Ich weiß aber nicht, ob ich den One-Shot auf die Entfernung... Okay, jetzt ist er runtergesprungen. Entweder ist das eine Chaos oder da falten gerade wirklich so extrem. Da hinten sind gerade Rahmen hochgegangen. Das ist die Frage, was machen. Ran. Ich muss jetzt hier zu dem Steg rüber gehen und dann vorsichtig nähern. Gucken, was wir ausmachen. Ja, definitiv ein Team dort, ein Team dort und wahrscheinlich eins, was im Compound direkt ist. Mhm. Die Frage ist jetzt nur, von wo nähren wir uns, weil das Team, was halt im Compound halt ist, kann natürlich auch von oben vom Dach aus gut schießen. Und da die Sonne ja wieder so extrem gut hier ist. Ja, ich habe einen gesehen. Dort drin ist einer. Das Problem ist halt, wir haben das ganze Wasser hier immer um uns herum. Ja. einer tot weiter tut da ist so konnte eine show konnte kommen explosion da es war das in dem tunnel system definitiv welche drin sind also zwei tode habe ich schon gehört ja da kämpft einer auf die spinnen ja was nur auf ronnie da war das da auch welchen also hier ist das fenster offen vorsichtig hier ist ein fenster offen die meintest du ja läuft im gebäude geht eine leiter hoch hier ist definitiv keiner da hinten ist ein arm oder auch weg zu euch es kann wann viel ist ähnlich an die die andere ist das noch ein auf dem Weg die weird sister hat auf jeden fall ein hit von mir gehabt die werden sich zurückziehen kommt einer bei euch rein die weird sister von dort ist wieder weg gelaufen das hört sich nach außen fast schon an dass einer fast außen ist da ist ja ist auch so pass auf die fenster noch die fenster sehe ich von mir aus nicht nein ich meine außerhalb der mauer wo wir hier sitzen Achtung viele die die es wieder drin da bei euch sind hat einen hit oh fuck hätte ich haben können ich treffe sie einfach nicht hat wieder ein hit ist drin ist tot ist tot ist tot ist tot liegt hier vorne bei uns die ist aufgenommen ja der ist wahrscheinlich ins Bein gegangen also die liegt direkt hier der hat nicht da sein wo ich bin ja suchte eine etwas andere position dann sind wir gleich wieder beide tot weil ein Sprengding reinkommt ist immer noch movement hier draußen im gebäude da ist er oben auf der mauer oben auf der mauer bei dir die kiste ist da kommt jetzt zu dir nach vorne kickse nicht bewegt sich zu viel kommt noch ein zweiter auf der mauer da ist einer noch hinter der kiste hat glaube ich wieder aufgehoben da läuft was hier ganz rum pass auf deine flanke auf ok der hat jetzt aufgenommen damit er sieht wo könnte ein trio hat einen aufgehoben glaube ich liegt innen einer ne der eine liegt hier draußen einer liegt hier vorne bei mir noch irgendwo auf holz man hat sich geheilt hast du den bereich kiste in den augen alle dafür sind sich wie zu offen zu dem anderen jetzt ok auf die brücke da eingucken bei mir hier auf der seite ich glaube der hebt den gleich ja der ist oben hat es versucht aber kommt jetzt wieder zu dir an der mauer macht es hit tot nimm bounty hab ich alles sauber ja aber doch saubere arbeit von uns die anderen beiden liegen unten im tunnel hier liegt auch noch einer müsst ihr gucken ob ihr den noch loopen könnt da liegt auch noch einer ja oben oder unten auf der treppe da ok wir haben ja zwei todesschreie gehört wer ist aber gelootet sollen wir rausgehen bitte ja wohin gehen wir dann äh norden osten oder süden entscheidet euch jetzt wir kommen von heute nicht ich würde sagen straight osten könnten auch wieder nach huini raus ja würde ich sagen von da wo wir gekommen sind also wenn man ruhig bleibt dann trifft man auch ja 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 auf jeden fall wieder ein upgrade für meine scott fliegt gesehen bei den schüssen die vorher waren so wahrscheinlich an die anderen beiden teams gut es kann auch sein dass ein team einfach rausgegangen ist weil die sich gedacht haben ohne single boss haben sie keinen bock das ist mittlerweile oft das einfach raus geht es ist single boss ist halt so eine gute runde gewesen ja jetzt gemacht bau und die ein zu bords alle brauchst du noch kopfschüsse ja ich hab noch kein jetzt müssen sie ein haben ja nein vielleicht wie viele brauchst du das mache ich jetzt nicht stell dich nicht so an 25 ich werde nicht wirklich wert welt die toiletten häuser zu können ja was wertvolles drin sein die brennt ja ja guck mal ob du noch einen kopfschuss hast ich weiß nicht genau ob ich getroffen hab die balken sonst verbraucht na toll warum brauchst du einen balken ja ich habe ihn zu dich dran kommen lassen da war ja wieder klar 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 ich könnte mir noch einen fettig sprengen dass ich einen großen balken hab und dass ich auch noch blutarm hab von daher alles super ob ich noch einen fettig finde aber fettig könnten wir noch sprengen ich hab noch äh sticky dabei wir schauen normale geht auch hm die haben aber keine zu kuss äh keine ah doch da da komm ich sie macht nichts hier drauf ach schock ach schock fettig sollen wir doch mal weiß ich nicht noch einen fettig fahren oder raus oder wie ja das ist das team was wir die ganze zeit verfolgt haben ja die werden abkotzen glaube ich den haben wir den haben ich nämlich laufen den übers feld ja den ja genau einer von hat ich nämlich auch gesehen hau mich mal bitte danke ach so falsche person tschuldigung das wirst du ne ja gut das wirst du nicht ne was denn ich dachte du wärst es ich hatte noch die hälfte papa ja it's right drei treffer ungefähr die hälfte ja 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 das nochmal entschuldigung bei dying light nebenquesten für keine hauptquests und die hauptquests spielen wir zusammen wie nebenquests macht er so ja ja hübel 20 ist doch schon mal nice fast 31 das wollte denn nicht durchgehen noch ein scotfielding freigeschauen 500 für die und dann 500 dann gibt es den präzisions scotfield 100 dalibayen 1000 bis zur schalte 1 auch fast 21 8 so also war ein drama 3 team unterstützung immerhin zu mehr bin ich auch nicht gekommen ich muss schon wieder aus klo es tut mir leid und 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 und